Du hockst auch zu Hause rum und weißt nichts mehr mit deiner Zeit anzufangen? Im heutigen Video gibt es ganz viele neue Fotografieideen, die du zu Hause ausprobieren kannst. Hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack. So, los geht's! Zum Anfang habe ich hier mal einen kleinen Hack für dich. Das hier ist übrigens eine Sonnentau-Pflanze. Welcher Hintergrund gefällt dir am besten? Der grüne oder der schwarze? Ich persönlich finde den schwarzen am besten. Das sieht irgendwie professioneller und sauberer aus. Aber wo ist jetzt der Unterschied zwischen den beiden Bildern? Habe ich einmal die Pflanze mit dem schwarzen und einmal mit dem weißen Hintergrund fotografiert? Nee, in Wirklichkeit würde man hier bei beiden Bildern einen schwarzen Hintergrund kriegen. Und hier ist die Erklärung. Beide Bilder habe ich mit einem Blitz gemacht. Wenn der Hintergrund sehr nah am Vordergrund dran ist, wird beides ausgeleuchtet und der Hintergrund wird hell bzw. grün. Je größer die Distanz zwischen Vorder- und Hintergrund ist, desto dunkler wird der Hintergrund. Das ist hier schon das ganze Geheimnis. Große Distanz zwischen Vorder- und Hintergrund und das Bild wird perfekt schwarz freigeschnitten. Das habe ich hier mal simuliert, indem ich meine Blitzeinstellungen, also mit einer geschlossenen Blende und niedrigen ISO gewählt habe und den Vordergrund mit der Taschenlampe angeleuchtet habe. Genauso wie es der Blitz im Prinzip auch macht. Ja, als Einstieg waren da schon ganz nette Bilder. Um das Ganze jetzt noch ein bisschen interessanter zu machen, habe ich eine Sprühflasche genommen, um noch ein paar Wassertropfen auf der Pflanze zu verteilen. Hier sind die Ergebnisse. Alle Aufnahmen habe ich mit der Sony A6300 gemacht, mit einem Blitz und ganz wichtig mit einem Flash-Diffuser vorne drauf. Wenn dich interessiert, wie du den am besten selber basteln kannst, habe ich dir hier mal ein Video verlinkt. Das nächste Thema ist für mich wirklich sehr interessant. Splash-Fotografie. Und das Tolle ist, um so ein Foto zu machen, brauchst du wirklich keinen komplizierten Aufbau. Das heißt, keine entkoppelten Blitze, keine WLAN-Trigger, sondern einfach nur zwei Lichtquellen, ja, ein Glas und ein bisschen Wasser und was zum Reinwerfen. Ja, der ganze Trick ist eigentlich, wieder einen schönen dunklen Hintergrund wählen, Lichtquellen möglichst dicht an das Glas ran, dann brauchen wir nämlich auch keinen Blitz und können trotzdem mit sehr, sehr kurzen Belichtungszeiten bei niedrigen ISO-Werten arbeiten. Damit wir auch den richtigen Moment treffen, würde ich euch empfehlen, mit der Kamera in den Burst-Mode, sofern dieser unterstützt wird, zu gehen und dann einfach drauf feuern, wenn ihr was in euer Wasserglas werft. So, welche Einstellung habe ich denn hier verwendet? Blenden habe ich für ein 6 genommen, ISO 400 war für mich in Ordnung. Belichtungszeit ein tausendstel, langsamer würde ich auch wirklich nicht gehen, sonst kriegt ihr Bewegungsunschärfe. Und ja, ich weiß, das mit dem Ringlicht sieht nicht so richtig schön aus, meine andere Softbox war aber gerade bei einer Zeitrafferaufnahme im Einsatz. Zum Ausleuchten hat es zwar völlig gereicht. Ja, hier nochmal ein Beispiel mit einem 500stel Belichtungszeit, also für mich ist das zu viel Bewegungsunschärfe. Aber Geschmackssache. Die Bilder habe ich übrigens wirklich alleine gemacht, das heißt, ich stand auf so einer kleinen Trittleiter, habe mit einer Hand die Tomate fallen lassen, mit der anderen Hand war ich auf dem Auslöser, habe im Burst-Mode draufgefeuert und musste dann eigentlich nur noch hoffen, dass ich auch wirklich mit der Tomate das Glas treffe. Einfacher ist es natürlich, wenn man vielleicht eine Limette oder ähnliches nimmt, also die Tomate war fast so groß wie die Öffnung. War nicht so richtig einfach, aber dafür finde ich sind die Aufnahmen echt ganz gut geworden. Meine nächste Fotoidee habe ich hier schon mal eingespielt. Als nächstes wollen wir mal Bilder von der Blende machen, beziehungsweise von den Blendelamellen eures Objektivs. Die Aufnahmen, wo sich die Blende automatisch öffnet und schließt, habe ich gemacht, indem ich einfach von dem S in den A, also von Shutter in Aperture-Mode gewechselt bin. So, hier haben wir noch eine riesige fette Reflektion von meiner Softbox auf dem Objektiv. Schön. Naja, Vorteil hierbei ist allerdings, dass die Blendenlamellen durch den Schattenwurf richtig viel Tiefe bekommen. Hier nochmal eine andere Variante, wo ich die Blendenlamellen frontal beleuchtet habe. Die Reflektionen sind nicht ganz so schlimm, dafür ist das Bild aber super flach. Ist nicht mein Lieblingsbild. Jo, was können wir noch zu Hause fotografieren? Als nächstes mal eine richtig coole Idee mit Spüli. Ich habe die Flasche mal geschüttelt und dann mit Blitz und Blitzdiffuser einfach mal drauf gehalten. Sieht erstmal nicht so uninteressant aus. Aha, jetzt ist der Hintergrund plötzlich nicht mehr grün, sondern schwarz. Woran könnte das denn jetzt nochmal liegen? Dazu habe ich das Spüli einmal umgefüllt. Oben haben wir eine kurze Distanz zum Hintergrund, deswegen grün. Unten haben wir eine große Distanz zum Hintergrund, deswegen schwarz, genauso wie beim Sonnentau am Anfang. Einziger Unterschied ist, hier finde ich den grünen Hintergrund eigentlich ein bisschen cooler. Bevor wir zum Highlight des Videos Light Painting kommen, noch ein kleines Quiz. Was könnte das sein? Jo, Kaffeebohnen. Sehen von Namen auf jeden Fall richtig interessant aus. Also wenn auch nicht geschehen, einfach mal ausprobieren. So und jetzt endlich zu meinem neuen Lieblingsbereich in der Fotografie. Der Lichtmalerei oder auch Light Painting. Dafür brauchen wir eine Lichtquelle, ein Stativ, möglichst geschlossene Blende und ISO 100. Dann für 8, 10 oder 20 Sekunden belichten und überraschen lassen. Als Lichtquelle habe ich hier zum Beispiel so ein ganz einfaches, buntes Disco-Licht genommen. Kannst aber auch jede Taschenlampe nehmen, buntes Papiervorhalt. Hier sind die Möglichkeiten wirklich unbegrenzt. Oben rechts habe ich euch mal mein Lieblingshilfmittel in der Lichtmalerei eingeblendet. Das ist eine Glasflasche, wo ich eine Lichterkette reingetan habe, welche ich dann mit dem Kabel um zum Beispiel diese Glaskugel rotieren lassen habe. Dann wie gesagt, irgendwie 8 bis 20 Sekunden belichten und mit eurer Lichtquelle möglichst kreative Formen malen. Noch interessanter würde das Ganze, wenn ihr euer Objekt auf einen Spiegel stellt. Dann habt ihr nicht nur die Reflexion von eurem Objekt, sondern auch der Lichtquelle. Was mir persönlich am besten gefallen hat. Hatte wer eine Idee, wo diese rote Farbe herkommen könnte? Die rote Farbe kommt von meinem Blut. Ich habe meine Finger auf eine Taschenlampe gehalten und damit ein Muster gemalt. Aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wie genau habe ich jetzt die Bilder gemacht? Nehmt euch den größten Spiegel, den ihr finden könnt. Ein Glastisch oder eine schwarze Glasplatte würde auf jeden Fall auch funktionieren. Ein bisschen putzen kann nicht schaden, dann müsst ihr hinterher die Bilder nicht mehr so doll nachbearbeiten. Dann habe ich mir ganz frisch eingetroffen einen Lensball, also eine Glaskugel bestellt. Die nimmt man eigentlich dafür, um Fotos auf den Kopf zu schießen. Hat sich aber super angeboten, das mal für die Lichtmalerei zu verwenden. Und los geht's, Belichtungszeit 10 Sekunden. Jetzt heißt es kreativ werden. Verwendet verschiedene Lichtquellen, bewegt diese in verschiedenen Formen, Reihenfolgen, malt kreative Muster und lasst euch von dem Thema einfach begeistern. Ich meine, hättet ihr gedacht, dass das am Ende so aussieht? Das ist schon echt faszinierend. Ich hoffe, für dich waren ein paar Anregungen dabei. Wenn du meine Begeisterung für die Lichtmalerei teilst, würde ich mich auf jeden Fall freuen, zu hören, wie denn deine ersten Versuche liefen. Oder wenn du in dem Bereich schon was gemacht hast, teile doch gerne einfach deine Bilder mit uns. Kannst mich auch gerne über Instagram oder Facebook anschreiben. Also wenn dir das Video gefallen hat, was für dich dabei war, freue ich mich über dein Feedback, wünsche dir noch einen schönen Tag. Verbringe kreative Tage zu Hause. Und hoffentlich bis nächste Woche.